so hallo erstmal und jetzt gibt es endlich mal ein neues update video von meinen ameisen es hat ja doch einige zeit länger gedauert als eine woche aber ich dachte mir nach einer woche naja es ist ja eigentlich nicht wirklich was passiert und deswegen haben wir ein bisschen mehr zeit gelassen also meine ameisen existieren noch die königin wohnt immer noch hier in diesem kleinen röhrchen wenn ihr meine sieht da wuseln die auf jeden fall alle will drum ich glaube eier sind noch keine geschlüpft wobei ganz sicher bin ich mir nicht da ich die ganze woche jetzt nicht hier war kann ich das nicht so genau nachvollziehen muss ich noch mal nachzählen aber die eier sind auf jeden fall die die vorhanden waren waren auf sind auf jeden fall deutlich größer geworden die ameisen haben jetzt endlich auch mal ihr ihr nest entdeckt und laufen da ab und zu mal drin rum und haben auch schon fleißig angefangen ein paar gänge zu graben das sieht man jetzt hier aber umgezogen sind die ist die könige noch nicht also bin ich mal gespannt wie das weitergeht und weiterentwickelt ich werde auf den laufenden halten bis zum nächsten mal ciao